So Freunde, ich habe ja bei Aldi Fotos eine Fotoleinwand bestellt bzw. ich habe einen Gutschein bekommen für eine Fotoleinwand 20x30 im Wert von 11,90 €. Den Gutscheincode eingelöst und dann konnte ich meine Fotoleinwand bestellen und zwar musste ich nur noch die Versandkosten zahlen von 4,99 €. Drei Tage nach der Bestellung ist die Fotoleinwand angekommen und so sieht es aus. Ich hoffe ihr könnt das jetzt sehen und es ist genug Licht vorhanden. Also ich habe einfach ein Schwarz-Weiß-Foto genommen, was ich vor kurzem gemacht habe. Darüber wird es übrigens auch noch ein Video geben über Schwarz-Weiß-Fotografie. Das ist ein JPEG, aufgenommen mit einer Nikon D7100. Beste Qualität natürlich vom JPEG mit dem Farbprofil oder mit dem Bildprofil eben monochrom bzw. Schwarz-Weiß. Ja, das kommt also so aus der Kamera raus. Ich habe daran nichts weiter bearbeitet. Die Leinwand kam jetzt an. Wie gesagt, man kann es im Querformat ein Foto machen oder Hochformat. Ich habe mich jetzt für ein Hochformat-Foto entschieden und zur Qualität. Es ist eine stabile Leinwand. Ja, stabiles Material. Es ist mir aber ein bisschen zu locker noch. Also man merkt es auch hier oben an den Rändern, wo es festgetackert ist. Es ist etwas locker gespannt. Das hatte ich schon mal bei Aldi Fotos gesehen oder bemerkt, dass eben diese Leinwand sehr locker ist. Ja, man kann sagen, ist ja nicht schlimm, wenn es hängt. Ja, aber es kann sein, dass sich nach der Zeit eben ja nicht verzieht, aber das Holz, der Holzrahmen, der arbeitet ja so ein bisschen mit. Ja, und es kann sein, dass es eben entweder ein bisschen zusammen geht, dann wird es noch lockerer und faltig. Wollen wir es nicht hoffen. Ich glaube nicht, dass das die nächsten Jahre passieren wird, aber wie gesagt, es ist schon sehr locker. Die Verarbeitung von dem Bild allgemein sieht man jetzt hier. Man kann gar kein Rauschen erkennen, wenn man jetzt mal so drüber guckt. Es sind wirklich eine gute Qualität. Es ist sehr gut ausgedruckt. Da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Klar sieht man diese Poren von der Leinwand, aber das ist nun mal normal bei einer Leinwand. Aber zum Rauschen oder sowas sieht man nicht. Die Qualität ist wirklich gut von dem Ausdruck. Ja, dieses umgeschlagen hier am Rahmen und das festgetackerte. Ja gut, man hängt die Seite natürlich nicht nach vorne. Die Seite hängt zur Wand hin. Also man sieht sie nicht, aber hätte auch vielleicht etwas schöner sein können. Ja, wie gesagt, 11,90€ plus 4,99€ versandt. Das heißt, wenn man jetzt keinen Gutscheincode hätte, würde das Ganze 16,89€ kosten. So. Im Vergleich dazu bei CW, CW, über DM eben. DM hat ja irgendwie zwei Möglichkeiten zu bestellen, über CW und über Fotoparadies. Bei CW kostet sowas 24,99€ plus. 4,99€ versandt. Also um einiges teurer. Bei Fotoparadies sind es 14,95€ für diese Größe. Ja, das sind jetzt also drei Euro mehr als Aldi und fast zehn Euro weniger als CW. Also das ist schon ein Unterschied. Jetzt müsste man natürlich noch bei CW und bei Fotoparadies so eine bestellen, um zu gucken, wie denn wirklich die Preise da zusammenkommen und was der Unterschied ist. Ob man überhaupt einen Unterschied feststellen kann. Denn ich finde, gut, Aldi und Fotoparadies geben sich nicht viel mit den drei Euro. Aber zu CW ist das doch schon ein ganz schöner Abstand. Ja, als Fazit würde ich sagen, für 11,90€ macht ihr hier nichts verkehrt. Klar, ihr bekommt jetzt hier kein hochwertiges Bild mit Mahagoni-Holz oder das ist unbehandeltes Holz. Aber wie gesagt, für 11,90€ finde ich es nicht schlecht. Würde ich wieder machen, auch ohne Gutschein. Beziehungsweise ich, da ich nun mal einen Fotografie-Kanal habe, würde wahrscheinlich das nächste Mal woanders bestellen, um eben das vergleichen zu können. Wenn ihr euch aber nicht sicher seid und euch mal ausprobieren wollt in so Sachen, könnt ihr das über Aldi-Fotos machen. Denn wie gesagt 11,90€, das macht den Braten nicht fett. Ja, dann hoffe ich, ich konnte euch so einen kleinen Einblick geben in die Welt der Fotoleinwände. Lasst mir gerne mal Kommentare da, ob ihr das auch machen wollt. Ob ihr es schon gemacht habt. Wenn ja, wo. Ob es sich lohnt. Wenn die Qualität ist. Schreibt einfach mal die Kommentare. Lasst mir einen Daumen oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald beim nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Woche, schönes Wochenende, was auch immer. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss.